Auto-GPT steht für Autonomous-GPT und bezeichnet eine Version einer KI, welche eigenständig handeln und sich somit selbst Anweisungen geben kann. Aktuell befindet sich das Open-Source-Projekt in einem experimentellen Zustand und soll die Grenzen und Möglichkeiten aufdecken, die mit KI im Moment möglich sind. In diesem Video sehen wir uns einige der faszinierenden Dinge an, die bisher mit dieser KI geschaffen wurden. Eine vollständige Podcast-Folge planen und erstellen. Dass KI in der Content-Erstellung sehr viel vereinfachen und revolutionieren wird, ist uns, denke ich, klar. Aber, dass wir bereits jetzt in der Lage sind, einen vollständigen Podcast zu planen, zu strukturieren und das gesamte Skript verfassen zu lassen, ist wirklich beeindruckend. Dafür wurde eine Version von Baby-AGI verwendet, die lediglich den folgenden Prompt als Information erhalten hat. You are the producer of the All-In-Podcast. Today is Tuesday, April the 11th of 2023 and you need to write a podcast outline on five topics. Research events that happened in the last week to prepare five topics to discuss. Each with descriptions, references and targeted questions for the hosts. Die KI hat dann einen Sieben-Schritte-Plan erstellt, um diese Aufgaben zu erledigen. Zunächst wurde ein grobes Gerüst für den Podcast erstellt, in dem schon eine relativ gute Struktur zu erkennen war. Anschließend wurde eine Google-Suche durchgeführt, um aktuelle Nachrichten zu erfassen. Besonders spannend ist das Twitter-Video von James Baker, in dem man der KI bei der Arbeit zusehen kann und immer direkt erkennt, was im Moment konkret ausgeführt wird. Zusätzlich sieht man unter dem Punkt Reasoning immer die Begründung, weshalb die KI sich für diesen Schritt entschieden hat. Durch diese Transparenz entwickelt man ein gewisses Verständnis und erkennt, dass die KI nicht nur nach den explizit angegebenen Themen, also Wirtschaft und Technologie sucht, sondern eben auch assoziierte Themen zuordnen kann und nach diesen dann zu suchen. Also beispielsweise wird nicht nur nach Wirtschaft gesucht, sondern eben auch nach Durchbrüchen in der künstlichen Intelligenz. Genauso verhält es sich bei dem Stichwort Wissenschaft. Hier passt die KI direkt die Suche an und sucht stattdessen nach Entwicklungen im Sektor nachhaltige Energie. Das wurde ihr so nicht aufgetragen, sondern passiert ganz automatisch oder autonom. Gegen Ende dieses Videos sieht man, dass die KI an sich zufrieden ist mit der Struktur und dem Inhalt des Podcasts. Sie versucht dann aber fast schon auf eine menschliche Art, das Ganze noch etwas zu perfektionieren, da zum Thema Gaming und der Zukunft von Entertainment noch relativ wenig enthalten ist. Als auch das dann geschafft ist, findet die KI den Podcast gut und hat auch noch einen Gag für das Intro eingefügt. Es ist wirklich unglaublich, dass all das nur mit diesem kurzen Befehl möglich ist. Bald wird es wirklich schwer werden, zu erkennen, wer seine Podcasts oder Videoskripte noch selbst schreibt. Vielleicht sind auch unsere Videos bald gar nicht mehr von uns, sondern von ResearchGPT geschrieben. Wer weiß, eine To-Do-Liste anlegen und die einzelnen Aufgaben abarbeiten. Oft hat man Dinge auf der To-Do-Liste, die eigentlich wirklich nur abgehakt werden müssen. Genau an dieser Stelle kann Ort GPT ansetzen, wenn es lediglich um einfache Mails, Terminbestätigungen oder ähnliches geht. Wird man zukünftig in der Lage sein, das Ganze von einer KI abarbeiten zu lassen? Die KI scannt den Inhalt der Mails in meinem Postfach, filtert ihn und antwortet auf einfache Dinge selbst beziehungsweise führt einfache Aufgaben wie Termine in meinen Kalender eintragen vollständig autark aus und fungiert so als eine Art persönlicher Assistent. Jetzt hat Garrett Scott aber etwas minimal Beeindruckenderes damit gemacht. Er hat mithilfe der Do-Anything-Maschinen der KI drei Aufgaben gegeben, welche diese eigenständig bearbeiten sollte. Erstens sollte sie herausfinden, wer der für ihn passende Ansprechpartner bei Walmart ist. Diesen dann dem eigenen CRM hinzufügen und dann eine erste Mail an diese Person erstellen. Dann sollte die KI eine Mail an einen Kollegen verfassen und diesen darin fragen, ob er jemanden kennt, der ihr erstes Produkt leiten könnte. Außerdem soll die KI eine Web-App schreiben, mit der man Massen-Mails verschicken kann und dann auch noch einem Kollegen ein Tutorial dazu erstellen und es ihm natürlich auch noch direkt schicken. Wie gut das alles wirklich funktioniert, können wir objektiv nicht beurteilen. Aber wir stehen wie immer auf der Warteliste der Do-Anything-Maschine und testen das Tool, sobald wir Zugriff haben, den eigenen Code verbessern und eine App entwickeln. Schon mit JetGPT konnte man relativ einfache Apps und Websites entwickeln lassen. AutoGPT versucht das jetzt aber auf Open-Source-Basis noch weiter zu verbessern. Ich werde jetzt nicht darüber sprechen, dass die KI eigene Programme geschrieben hat, da, wie gesagt, dies bereits mit anderen KIs möglich war. Warum wir es dennoch in der Liste haben, ist der Fakt, dass die KI eigenständig bemerkt hat, dass dem Benutzer aktuell ein Framework fehlt, um die gewünschte App zu entwickeln. Dieses wurde dann ohne weitere Hilfe installiert, damit die Aufgabe trotzdem abgeschlossen werden konnte. Marktforschung Auch Marktforschung fällt in die zeitintensive Kategorie der Recherchearbeit und man kann mit ResearchGPT ebenfalls enorm Zeit sparen. Salih Omar hat sich ein fiktives Unternehmen ausgedacht, das wasserdichte Schuhe herstellt. Anschließend hat er der KI aufgetragen, die führenden Wettbewerber für ihn zu finden und für den jeweiligen Anbieter Vor- und Nachteile aufzulisten. Die KI hat diese Aufgabe ausgeführt, indem sie mehrere Google-Suchen durchgeführt und eigenständig weiterführende Befehle an sich selbst gegeben hat, bis sie schlussendlich mit dem Ergebnis zufrieden war. Zusätzlich hat es an einigen Stellen eigene KI-Agenten beauftragt und diese zum Beispiel die Website analysieren lassen und währenddessen etwas anderes getan. Beachtlich ist, dass die KI zwar kurzzeitig mit Problemen konfrontiert wurde, diese aber auch vollkommen eigenständig lösen konnte. Am Ende war das Ergebnis eine relativ solide Zusammenfassung über die Mitbewerber samt deren Vor- und Nachteile. Alles fein säuberlich zusammengeschrieben. Was dem Ganzen jetzt aber die Krone aufsetzt, ist der Fakt, dass all dies mit Open-Source-Software passiert ist und damit generell jede und jeder dazu in der Lage ist. Insgesamt hat die KI für alles gerade mal 8 Minuten gebraucht und dabei in etwa Kosten von 10 Cent verursacht. Weitere Dinge, die bereits jetzt mit Auto-GPT geschafft wurden, sind unter anderem ein Research-Bot, der Unmengen von Daten für einen durcharbeitet, um Antworten auf konkrete Fragen zu finden. Eine KI, um E-Mails direkt automatisch zu beantworten und schließlich die vermutlich wichtigste KI, die wir bisher gesehen haben, eine KI, die beim Pizza-Lieferdienst anruft und eigenständig eine Pizza für uns bestellen kann. Perfekt für alle, die ungern ihre eigenen Anrufe machen. Aber Spaß beiseite. Wir stehen gerade erst am Anfang, wenn es um autonome KI geht und dafür ist es sehr beeindruckend, was Einzelpersonen schon jetzt damit anstellen. Es bleibt unfassbar spannend, wozu wir in einem Jahr in der Lage sein werden und wie viele unserer Aufgaben im Alltag bis dahin vollkommen automatisiert ablaufen werden. Wenn du immer auf dem Laufenden sein willst, was die Entwicklungen in der KI- und Tech-Branche angeht, solltest du definitiv unseren Kanal abonnieren, um ja nichts mehr zu verpassen. Ansonsten freue ich mich wie immer über ein Like und einen netten Kommentar und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.